Mein Name ist Patricia, ich bin 59 Jahre alt und ich arbeite seit drei Jahren in der begleiteten Elternschaft in der Clearingstelle. Zu uns kommen Menschen mit kognitiven und psychischen Einschränkungen mit ihren Kindern im Alter von 0 bis 7, 8, 9 Jahren. Die kommen zu uns, leben bei uns ca. 6 bis maximal 9 Monate und werden im Rahmen dieser Diagnostik bei uns begleitet und intensiv angeleitet. Zu unserem Haus gehört eine betriebsinterne Kita, die zum Clearing dazugehört und diese wird von den Kindern der Bewohner besucht. Das Besondere ist, dass man unglaublich viele Menschen trifft mit ganz verschiedenen Hintergründen, ganz vielen unterschiedlichen Biografien und die Arbeit mit den Kindern macht unheimlich viel Spaß. Wenn du Lust hast, dich hier zu bewerben, solltest du auf jeden Fall Humor mitbringen, der ist immer wieder benötigt. Du solltest über eine große Professionalität viel Fachwissen verfügen, Lust haben, lösungs- und ressourcenorientiert zu arbeiten. Man müsste ein hohes Maß auch an Belastbarkeit haben, weil der Alltag in diesem Umfeld kann schon ganz schön wickelig und aufregend sein. Wir sind allerdings ein gutes Team, das richtig gut zusammenarbeitet. wir sind jetzt ein hohes Maß auch an. Wir sind dann alles mit einem neuen Baumwissen verfügen. Und das ist was wir, bei uns. Bis zum nächsten Mal.